Komplett von einem Video hier auf meinem Kanal es geht weiter mit Clash of Clans wird gedacht ihr seht ich habe so etwas gemacht wieder Jowen-Minute freigeschaltet und die Klammbuch auf Level 2 hochgezogen 68,4% haben noch nicht diesen Kanal abonniert wenn du zu diesen 68% gehörst wird mir so voll natürlich wenn du abonnierst ja das ist nicht mehr durchstrangt ähm nur noch hier noch da noch ähm ja Jowen-Minute wir haben sie jetzt auch freigeschaltet ich würde sagen wir machen jetzt einmal einen Nachtdorfangriff hab ich den überhaupt Truppen ausgebildet ja gut den letzten Klankräg haben wir schön weg rassiert oh ja es sind ja nur noch 200 XP okay okay dann sind wir Level 2 eh so ähm können wir was bauen wir können Fallen bauen das machen wir natürlich ne ja ähm wir bauen jetzt mal noch die Fallen damit schön müsste Überraschung kommen für ihn der Wurmturm ist das nächste Ziel kann für mich schon ich muss mir noch warten ähm ähm wir können noch eine Stoßfalle machen ähm okay wir können noch eine Stoßfalle machen ach du ach du okay okay die Doppelkanone haben wir schon mal das ist wichtig so das hat schon ähm der hat schon Tesla ok Mieter die Schlammsten auch Mieter so kommt treuer Mieter nur noch ein guter Frieden auch gewonnen wird sagen wir gehen immer nur auf die so ein paar stimmeln es ist schon echt eine Ungewöhnung auf meinem Hauptverkund habe ich ja Ohrenturm es ist so ein Ungewöhnung ohne Ohrenturm zu spielen wenn wir die noch einzuhörern haben was haben wir denn so ein neckler kannst du den E-Legs dann kann ich dir doch sichern auf Level 20 nein das ist doch mobbing ok wir gehen wir machen immer noch einen Ankauf lassen wir noch die Kanone zu Ende bauen weg sie eigentlich auch mal noch 2 machen machen wir aber danach wir machen jetzt noch einen Angriff und danach ziemlich schön auf Level 2 schön drücken ich sehe das Problem und er könne meine Niederlage lieber bahn verrecken jetzt schön oder sind es schon aber die bogeys die räumen auf bitte presch die mal auf nein die hat es gecheckt die soll aufmachen was machen die ne das war doch einfach rücken alles liegt nun an dir ob die das in zwei minuten kaputt geht also das rathaus da die 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 ist also freundlich wird mal sagen es hat es geschafft ich bin so stolz auf sie jeder prozent muss natürlich ausgekostet werden ich kann nun ist immer noch nicht in reich weiter Brüder m m an das ist ja schon mal die E-Den-Kie. Das sind Leute, die springen. Das sind gute Mitglieder. Jetzt ist die Sache. Bogenton. So, wir gehen ins andere Dorf. Heulen uns aus, weil wir zu viel Elex haben. Und es ist nicht ausgeben können. Und greifen eine Person an. Nein. Die Nummer mit. So, du, 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 du. Ich kann ja eigentlich nur mit Ballon sein. Dann nur noch so bald. Der Weg ist. Ich will den was aus. Sehr gut. Hier rießen. Sparen wir uns aus. Damit wir nochmal angreifen machen können. Dauert lang noch. Leinballoen ist schon so eine starke Einheit irgendwann, ne? Das wird nun mal ein schöner 100%-Sieg. Das ist doch perfekt. Und nochmal Lüt. Und nochmal Lüt. Schreibt sich doch, Alter. Schreibt hier. Okay, den nehmen wir mit. Den nehmen wir zu 100% mit. Jetzt haben wir uns ja die nächsten auch mal was zu tun. Sehr gut. Schreibt hier. Schreibt. Prozent 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 der Tjörnsoßen morgen nur Prozent 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 das sind noch mal ja was verschwinden gerne beitreten steht auch in der Beschreibung der Kurzen und ich wollte so wir warten jetzt noch bis die Kanone zu Ende ist lasst kein Abo da wie gesagt 68% haben nicht abonniert weiter sag ich nichts dazu das war's mit dem Video wie gesagt lasst gern Like und natürlich auch ein Abo da würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video das war's mit dem Video und natürlich auch bei einem Schmutz nicht da zu dem